Yo, was für ein Hammertag! Ich sitze hier an einem meiner absoluten Lieblingsspots. Das ist ein, ich sage jetzt mal, ein verlassener Holzhaufen. Ich möchte jetzt nicht sagen Scheiterhaufen. Und der steht schon seit Jahren da, war ursprünglich mal mit so einer blauen Blahne komplett abgedeckt. Aber diese Blahne, die löst sich inzwischen von selbst auf. Also ein Beweis dafür, dass Plastik sich doch auflösen kann, wenn man ihm genügend Zeit gibt. Das ist jetzt nicht das Spektakuläre. Das Spektakuläre ist wirklich der Ausblick auf das wunderbare, liebliche Taubertal. Meine Heimat. Ist das nicht toll? Da sitze ich jetzt auf dem Lost Scheiterhaufen und genieße ein wenig die Sonne. Ich hoffe, ihr macht das auch. In diesem Sinne, Peace out! Amen. Untertitelung des ZDF, 2020